Ich glaube jetzt, dass weder Max noch ich den Eindruck vermitteln, dass das in irgendeiner Form ein Freundschaftsspiel für uns ist, sondern es ist ein Champions-League-Spiel mit der Chance natürlich auch in die nächste Runde zu kommen, wo gegen eine Mannschaft, die im Moment einfach auf Top-Niveau performt, die Weltklasse-Fußballer hat, 0-2 Heimspiel-Ergebnis steht und dort schätzen wir die Situation einfach realistisch ein. Wir wissen, dass bei der Qualität des Gegners beim Hinspielergebnis, das eine unglaublich schwierige Aufgabe wird. Im Fußball natürlich aber auch schon viele Dinge passiert.